Sind die Kinder eigentlich schon noch? Ja, Julia schminkt sich noch. Mama, Papa, stellt euch vor, gestern in unserer RW-Wip war jemand in Leggiz wieder unterwegs. Und Justus ist heute mit dem Opel vorgefahren. Boah, da musste ich fast kotzen. Ich wusste einfach, Jura ist die beste Wahl für mich.